Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. Plötzlich wird das, was ihr nie für möglich gehalten habt, einfach so möglich. Wow, ich kann den Felsen bewegen. Schau her, Teufel, schau genau hin, was ich hier mache. Ehre sei Gott, kein Fels wird mir den Weg versperren, oder? Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke für die Heilungen, die wir erleben, für die Ermutigung, durch den wunderbaren Lobpreis und für die Berichte, die wir gehört haben. Und nun danken wir dir für dein Wort in Jesu Namen. Amen. Etliche von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher dem Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Sie meinten Lazarus, mit dem Jesus eng befreundet war. Jesus besuchte die drei Geschwister Maria, Martha und Lazarus häufig und aß gemeinsam mit ihnen. Jesus hatte schon viele Wunder vor ihren Augen getan, aber nun hatte er seinen guten Freund Lazarus einfach sterben lassen. Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, indem er wieder bei sich selbst seufzte. Hier wollen wir einmal innehalten. Warum seufzte Jesus und war tief in seinem Inneren betroffen von dem, was sie sagten? Er wollte eigentlich ihren Glauben sehen. Er wollte nicht hören, dass sie nicht verstanden, warum er nichts getan hatte. Sie sollten glauben, dass er unabhängig von der Schwere der Situation immer noch in der Lage war, etwas zu tun. Einige von uns müssen genau das heute hören. Ganz gleich, wie schlimm es aussieht. Gott möchte, dass ihr ihm vertraut, denn er kann sehr wohl immer noch etwas tun. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wir haben schon darüber gesprochen, wie Glaube freigesetzt wird. Es ist eine Sache, Glauben zu haben, doch eine völlig andere, ihn auch zu aktivieren. Glauben haben ist das eine, ihn auch anwenden das andere. Wenn ihr Muskeln habt und sie nicht gebraucht, werden sie schwach und verkümmern. Solange ihr euren Glauben nicht willentlich einsetzt, ist es, als wäre er gar nicht da. Ja, jedem Menschen ist ein bestimmtes Maß an Glauben gegeben. Wir alle haben Glauben. Jedes Mal, wenn wir uns auf einen Stuhl setzen, glauben wir, dass er nicht zusammenbricht. In unserem Hotelzimmer steht ein Stuhl, bei dem man das Gefühl hat, der bricht durch, wenn man sich darauf setzt. Also habe ich sehr schnell gelernt, diesem Stuhl nicht zu vertrauen. Doch im Allgemeinen sagen wir nicht, wenn wir uns hinsetzen wollen, oh, du meine Güte, ich weiß nicht, ob ich mich auf diesen Stuhl setzen sollte. Ich bin mir nicht sicher. Ich mache mir Sorgen wegen dieses Stuhls. Jetzt bekomme ich sogar Angst. Ich bin so unentschlossen. Sollte ich mich darauf setzen oder vielleicht nicht? Oh, ihr lasst euch einfach darauf fallen. Ich wünsche mir, dass wir uns genauso in Jesu Arme fallen lassen, wenn wir ein Problem haben und sagen, ich bitte dich, nimm dich dieser Sache an. Ich glaube, dass du es tun wirst. Ich aktiviere meinen Glauben durch meine Gebete. Ich spreche deine Verheißungen aus. Ich tue das, was du mir aufträgst, und du wirst alles andere erledigen. Ich möchte euch heute etwas sagen und hoffe, dass ihr es nie wieder vergesst. Wenn ihr das tut, was ihr tun könnt, wird Gott tun, was ihr nicht tun könnt. In einer der letzten Veranstaltungen erzählte eine Frau hier von ihrer furchtbaren Notlage. Sie war unvorstellbar verzweifelt gewesen. Es hatte sich herausgestellt, dass ihr Mann pornografiesüchtig war. Er verließ sie fünf Tage, bevor das gemeinsame Kind zur Welt kam. Sie, eine Frau, die in ihrer Gemeinde engagiert mitarbeitete, hatte keinerlei Einkommen. Sie kam zu einer meiner Konferenzen, hatte alles Geld dafür zusammengekratzt. Und nun sagte Gott ihr, sie solle Missionspartner bei uns werden. Sie dachte, das kann nicht dein Ernst sein. Sie fing einem mit circa fünf Dollar im Monat, glaube ich. Und das war ein Kraftakt, das war das Geld für die Windeln. Aber sie gab nicht auf und glaubte weiter an Gott und vertraute ihm. Warum war es so wichtig für sie, in dieser verzweifelten Lage etwas zu geben? Weil das eine Möglichkeit ist, Glauben freizusetzen. Um Glauben zu aktivieren, müssen wir handeln. Wer betet, sollte gleichzeitig Glauben investieren. Wer gibt, sollte dies ebenfalls im Glauben tun. Was ihr redet, muss mit eurem Gebet übereinstimmen. Es nützt nichts zu beten, oh Gott, ich bete in Jesu Namen, dass du meinen Mann vom Trinken befreist und ihn rettest. Verändere ihn, Herr, und heile unsere Ehe. Amen, Amen, Amen. Und am nächsten Tag im Gespräch mit Schwester Susanne zu sagen, weißt du was, mein Mann wird sich nicht ändern. Ich bin es so leid, immer ist er betrunken, er wird sich nie zu Jesus bekehren, es ist hoffnungslos. Zu Hause seid ihr dann wieder fromm, oh Herr, ich bitte, ich verändere meinen Mann. So läuft das doch, ihr müsst mir da nichts vormachen. Wir haben eine Menge religiöser Rituale auf Lager. Ich glaube, wir beten manchmal so fromm daher, damit wir uns selbst für geistlich halten können. Vielleicht sollten wir weniger reden, aber jedes Wort meinen und unseren Glauben aktivieren. Das bedeutet, betet voller Glauben und haltet daran fest, versteht ihr? Wenn ihr im Glauben betet, müsst ihr auch in schwierigen Situationen glaubensvoll bleiben. Haltet auch in dunklen Zeiten am Glauben fest. Und Lazarus war also gestorben. Es betrübte die Schwestern, dass er gestorben war, obwohl sie Jesus rechtzeitig über Lazarus' Krankheit informiert hatten und dieser dennoch zwei Tage verstreichen ließ, bevor er sich auf den Weg machte. Er hatte also gewartet, um ihn sterben zu lassen. Wenn du hier gewesen wärst. Ihr versteht es einfach nicht. Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf, um die Höhle zu verschließen. Jesus spricht, heb den Stein weg. Heb den Stein weg. Ich will von euch mal etwas wissen. Jesus bereitet sich innerlich darauf vor, Lazarus wieder lebendig zu machen. Was für ein außergewöhnliches Wunder. Und Martha steht da und sagt, ich halte das für keine besonders gute Idee. Er ist schon seit vier Tagen tot. Das wird richtig übel riechen. Sie waren halt Leute wie wir. Aber wenn Jesus ihn wirklich, so wie geplant, auferwecken wollte, er wusste ja bereits, was er tun würde. Warum in aller Welt hat er den Stein nicht einfach weggepustet? Warum sagt er ihnen, dass sie den Stein wegräumen sollen? Seht mal, einige von euch erleben kein Wunder, weil sie ihren Stein nicht aus dem Weg räumen. Ihr wollt ein Wunder erleben, aber vielleicht wollt ihr dem nicht vergeben, der euch verletzt hat. Vielleicht seid ihr auf zehn Menschen wütend und versteht nicht, warum Gott nichts in eurem Leben verändert. Möglicherweise nicht hier im Saal, aber es betrifft irgendjemand bestimmt. Vielleicht haben einige Fernsehzuschauer dieses Problem, aber nur vielleicht. Oder? Wie viele Vorträge müssen wir noch über Vergebung hören? Werden weitere 50 genug sein oder 25? Am Ende geht es doch darum, auch zu handeln. Es gibt eine großartige Geschichte in der Bibel, wo Maria Jesus bittet, ein Wunder zu tun. Eigentlich geht es um eine ganz alltägliche Sache. Sie waren auf einer Hochzeit eingeladen und der Wein ging aus. Die Mutter Jesu wollte, dass er hilft. Also wies sie die Diener an, was immer ihr sagt, das tut. Ich liebe diese Worte und ich kann auch euch nur raten zu tun, was immer ihr euch aufträgt. Sie bekamen ihr Wunder aber nur deshalb, weil sie taten, wozu er sie aufforderte. Auch ihr werdet Wunder erleben, wenn ihr das tut, was er euch sagt. Tut ihr es hingegen nicht? Tut ihr das nicht, was euch möglich ist? Unmögliches wird Gott nie von uns verlangen. Es kann aber etwas sein, was wir nicht tun wollen, was uns nicht gefällt, was uns Überwindung kostet. Aber Gott wird nie und nimmer etwas von uns verlangen, was wir nicht tun können. Also hört auf zu jammern und zu behaupten, dass es nicht geht. Tut es einfach. Wie sehr hat es mir geholfen, als ich das endlich begriff. Es ist Zeitverschwendung zu sagen, oh Gott, ich kann das nicht, das ist so schwierig. Ich weiß, du willst es, aber ich kann es nicht. Doch, du kannst es. Das ist ein Lügennetz, das Satan spinnt. Aber wenn ihr Gottes Wesen kennt, wisst ihr, dass er von seinen Kindern nicht etwas erwartet, was sie gar nicht können. Stimmt das? Ich bin der Meinung, dass wir unseren Glauben durch Gebet aktivieren. Und durch das, was wir sagen, indem wir bekennen, was wir glauben und daran festhalten. Wichtig ist, dass wir nicht für eine Sache beten und gleichzeitig vom Gegenteil reden. Habe ich recht? Das macht nicht viel Sinn. Außerdem müssen wir uns bewusst entscheiden, das zu tun und umzusetzen, was Gott von uns möchte. Versucht nicht aus eigener Kraft, Dinge zu bewegen oder hervorzubringen. Tut nichts, wozu Gott euch nicht aufgefordert hat. Doch wenn ihr heute zu euch redet und er schon einmal zu euch geredet hat, dann seid ihr jetzt dran. Glauben heißt einfach, das zu tun, was er gesagt hat, und sich keinen Kopf zu machen, was daraus wird. Oft ist es so, ich habe getan, was er gesagt hat, und nichts ist passiert. Das wird schon. Vielleicht gibt es noch ein paar Dinge, die getan werden müssen, bevor eine Wende einkehrt. Wenn wir über das Vorwärtskommen im Glauben sprechen, geht es um Bewegung, Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt. Wie oft musste ich beten, bekennen und handeln, beten, bekennen und handeln, um dahin zu kommen, wo ich heute bin. Aber nach einiger Zeit beginnt es Spaß zu machen. Ich hoffe, ihr gehört nicht zu den Leuten, die inzwischen so matt geworden sind, dass sie nicht mal mehr Amen sagen können. Wisst ihr was? Das Christentum ist keine passive Religion. Wir sitzen nicht herum, wünschen uns was und lassen Gott dafür zuständig sein, uns glücklich zu machen. Jesus spricht, hebt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr. Herr, mein Problem stinkt zum Himmel. Denn er ist schon vier Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Ich liebe das. Glaubt einfach. Dann werdet ihr die Herrlichkeit Gottes sehen. Und noch etwas. Wenn wir wirklich glauben, kommen wir in die Ruhe Gottes. Dann ist Warten kein Problem mehr, weil wir unser Leben genießen können, während wir auf Gottes Handeln warten. Ihr könnt ganz entspannt bleiben, bis Gott euer Problem gelöst hat. Ich sagte, ihr könnt ganz entspannt bleiben, bis Gott eure Probleme gelöst hat. Wartet nicht unglücklich darauf, dass Gott handelt. Ich will ja nicht negativ sein und euch herunterziehen. Aber selbst wenn er dieses Problem behoben hat, wird sich vermutlich ein neues anschließen. Wenn ihr also nicht lernt, inmitten von Problemen glücklich zu sein, werdet ihr kein besonders schönes Leben führen. Ihr sagt, sowas will ich gar nicht hören. Möchtet ihr nicht lieber die Wahrheit von mir hören, anstatt leere Versprechungen zu bekommen? Preist den Herrn! Um dann zu Hause festzustellen, dass sie gar nicht funktionieren? Gott hat uns nie ein problemfreies Leben versprochen. Der Glaube ist nicht dazu da, dass wir keine Probleme mehr bekommen. Wir haben Glauben, damit ein Problem uns nicht beherrscht, wenn es auftritt. Wir sollten nicht immer um uns und unsere Nöte kreisen. Wenn wir an Gott glauben, werden wir seine Herrlichkeit sehen, auch wenn wir manchmal warten müssen. Aber in Hebräer 4 steht, diejenigen, die geglaubt haben, kommen in die Ruhe Gottes. Am allermeisten sollten wir uns nach der Ruhe Gottes ausstrecken. Die Ruhe Gottes ist ein wunderbarer Ort, an dem wir im Geist bei Christus sitzen und darauf warten, dass er unsere Feinde als Schemel unter unsere Füße stellt. Halleluja! Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen emporen, sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Der Verstorbene kam heraus. Er kam heraus. Wie ist es nun? Das hier sieht ziemlich schwer aus. Ich stehe davor und denke, keine Chance, das kann ich niemals bewegen. So oft sagen wir das, wenn Gott etwas von uns möchte, das kann ich nicht. Das übersteigt meine Möglichkeit. Was wäre gewesen, wenn sie bei Lazarus vor der Größe des Steins zurückgeschreckt wären? Das können wir nicht. Keine Chance. Das können wir nicht hinkriegen. Es ist einfach nicht möglich. Ich glaube nicht, dass ich, armer, schwacher Mensch, so etwas bewegen kann. Oh, könntest du nicht diesen Teil auch übernehmen, Gott? Doch es ist erstaunlich, sobald ihr diesen Schritt im Glauben wagt und tut, was Gott euch sagt, durchströmen euch plötzlich göttliche Kraft und Fähigkeiten. Gott befähigt euch und macht euch zu einem anderen Menschen, sagt die Bibel. Gott macht euch stark. Plötzlich wird das, was ihr nie für möglich gehalten habt, einfach so möglich. Wow, ich kann den Felsen bewegen. Schau her, Teufel. Schau genau hin, was ich hier mache. Ha, Ehre sei Gott. Kein Fels wird mir den Weg versperren. Lasst uns noch einmal darüber nachdenken. Nachdenken. Da drüben stehen meine Leute, falls ich den Stein nicht bewegen kann. Die schöne Seite nach vorn, finde ich. Ist ja fürs Fernsehen. Er sagte, rollt den Stein beiseite. Sie entgegneten ihm zwar, warum das nicht funktionieren würde, aber sie hoben den Stein hinweg. Ich sage euch, Lazarus wäre ziemlich tot geblieben, wenn sie nicht das getan hätten, wozu Jesus sie aufgefordert hat. Ich hoffe, dass es hier heute Menschen gibt, die das begreifen. Ich frage mich, wie viele von euch schnell mal zehn bis zwölf Sachen auflisten könnten, die Gott ihnen zwar gesagt hat, die sie aber noch nicht getan haben. Vielleicht bittet ihr Gott um ein neues Haus und er sagt, räum erst mal das Alter auf. Wow, das sitzt. So könnte vielleicht Neues entstehen. Ihr wollt euer Haus verkaufen, aber so, wie es jetzt aussieht, will es niemand haben. Während ihr darauf wartet, dass Gott euch ein neues Haus gibt, bringt euer jetziges in Ordnung, damit jemand es kaufen möchte und ihr ein anderes haben könnt. Vielleicht wünscht ihr euch ein neues Auto, aber euer altes ist voller Müll und leerer Dosen. Hinten steht drauf, wasch mich. Na los, wascht es. Ihr hofft auf ein Wunder hinsichtlich eurer Schulden, aber überall zückt ihr eure Kreditkarte. Und bei jeder möglichen Gelegenheit holt ihr euch eine neue. Hört mal. Ihr müsst ein paar Steine wegrollen. Ich sage euch, Gott ist treu. Was er für einen Menschen tut, wird er für jeden tun, der seinen Richtlinien folgt. Jedem ist ein bestimmtes Maß an Glauben gegeben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommt, muss glauben, dass er ist und dass er diejenigen belohnt, die sich zurücklehnen und nichts tun. Er belohnt diejenigen, die ihn aufrichtig suchen. Die ihn aufrichtig suchen. Hört mal, Wunder sind etwas Großartiges, aber ich würde euch einen schlechten Dienst erweisen, wenn ich zu euch sagen würde, lehnt euch einfach zurück, meine Lieben, und wartet auf Gott und glaubt an euer Wunder. Ihr müsst die Steine wegrollen. Gott wird seinen Teil tun, aber ihr seid für euren zuständig. Meiner Meinung nach aktivieren wir unseren Glauben, indem wir beten, es bekennen und das tun, was Gott uns aufträgt. Lasst uns Matthäus 7, Verse 7 bis 8 lesen. Ihr sagt, ich habe es so satt, immer wieder wegen dieser Sache zu beten. Ja, das verstehe ich. Ich kenne das auch. Aber dann fällt mir Matthäus 7 ein. Bittet, und es wird euch gegeben werden. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt, und der Suchende findet, und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Ihr müsst dranbleiben, dranbleiben, und nochmals dranbleiben. Einige von euch, die jetzt zuhören, ob hier im Saal oder vor dem Fernsehapparat oder sonst irgendwo, sind kurz davor, aufzugeben. Ich sage euch, ihr habt kein Recht dazu. Gebt nicht auf. Bleibt dran und sagt jeden Tag, ich gebe nicht auf. Niemals. Und wenn ich selbst dann noch keine Wende in meinem Leben erlebt habe, wenn Jesus wiederkommt, wird er mich als jemanden vorfinden, der ihn aufrichtig gesucht und durchgehalten hat. Wir müssen aufhören, Gott ein Ultimatum zu stellen, also wenn ich nicht innerhalb einer Woche eine Antwort erhalte. Wenn du nichts unternimmst, glaube ich nicht, dass ich das noch viel länger aushalte. Gott wird euch nie mehr zumuten, als ihr tragen könnt. Aber in jeder Versuchung hält er einen Ausweg bereit. Und ihr habt vielleicht gerade ein Problem und denkt, ich kann das nicht noch ein weiteres Jahr ertragen. Wenn ihr es aber ein weiteres Jahr ertragen sollt, wird Gott euch die Fähigkeit dazu geben. Wenn das nochmal passiert, halte ich das nicht aus. Wenn es nochmal passiert, wird Gott euch befähigen, damit klarzukommen. Gott ist treu. Römer 8, Vers 28 ist eine häufig zitierte Bibelstelle, die ich sehr liebe. Aber ehrlich gesagt, habe ich sie erst in den letzten zwei Jahren so einigermaßen begriffen. Ich habe immer irgendwie daran geglaubt, aber wir sind manchmal sehr langsam darin, Dinge wirklich zu verstehen. Eigentlich beginnt es schon in Vers 26. Da wird davon erzählt, dass der Heilige Geist durch uns betet, wenn wir nicht wissen, was wir sagen sollen. Wisst ihr, wenn man ein großes Problem hat, weiß man manchmal nicht, wie man beten soll. Dann verlassen wir uns auf den Heiligen Geist, dass er durch uns das richtige Gebet spricht. Und dann heißt es im Römerbrief weiter, dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge. Alle Dinge. Alle Dinge. Wenn in der Bibel alles steht, sollte uns das nicht entgehen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Aber davor wird vom Beten gesprochen. Wenn wir ein Problem haben und beten, aktivieren wir unseren Glauben. Während der Glaube anfängt zu wirken, halten wir an unserem Bekenntnis fest. Jedes Mal, wenn der Teufel sagt, du wirst es nicht kriegen, sagt ihr, es ist schon unterwegs. Er sagt, das wird nichts werden. Und ihr sagt, wart's nur ab, es ist bald da. Vielleicht heute schon. Hurra! Ihr könnt den Teufel damit richtig fertig machen. Es ist bald da, es ist bald da, es ist bald da. Heute kommt was Gutes. Ja. Ich bete, Gott handelt. Ich bete, Gott handelt. Nicht, Gott, warum tust du nichts? Nein, ich bete und Gott handelt. Danke, Gott, dass du die Sache in dir Hand nimmst. Danke, dass du am Wirken bist. Danke, dass du handelst. Deine heilende Kraft wirkt jetzt in mir. Es geht mir jeden Tag besser in jedem Lebensbereich. Wenn ihr zur Arbeit geht, sagt nicht, Gott, hilf mir, einen Job zu kriegen. Ich werde nie einen finden. Nein. Geht los und sucht euch einen, und zwar täglich. Jeden Tag. Seid fleißig. Tut euren Teil. Gott hält einen Job für euch bereit. Aber ihr müsst euch aufmachen und danach suchen. Gott ist wirklich treu und wird immer seinen Teil erfüllen. Wir müssen aber auch unseren Teil dazu beitragen, um ein Wunder zu erleben. Jesus brachte Lazarus ins Leben zurück, aber die Leute mussten den Stein wegrollen. Sie taten ihren Teil, er seinen. Meinen Eltern ist schon zu Beginn ihrer Arbeit aufgefallen, dass die Bibel sehr viel davon spricht, sich um die Armen zu kümmern. Ständig ist die Rede davon, Gefangene zu besuchen, Hungrigen zu essen zu geben, Fremde aufzunehmen, Witwen und Waisen zu versorgen. Deswegen wollen wir diesem Auftrag nachkommen. Unser Dienst ist mittlerweile sehr gewachsen. Dadurch haben wir auch mehr Möglichkeiten, noch größere Dinge zu tun. Heute sind wir gerade in Thailand. Und dieser Junge hier, Somdet, hat einige tragische Dinge erleben müssen. Aber Gott sei Dank kann er jetzt in diesem Kinderheim leben und seine Zukunft sieht wieder rosiger aus. Seine Eltern sind beide bei einem Autounfall ums Leben gekommen, als er sechs war. Und als er gefunden und hierher gebracht wurde, litt er an einer schweren Ohrenentzündung, die einen Hörschaden und viele andere Probleme mit sich brachte. Nach einer zweijährigen Behandlung kann er jetzt wieder gut hören. Also vielen Dank, dass Sie uns dabei helfen, Somdet und anderen Jungen und Mädchen auf der ganzen Welt ein Zuhause zu geben. Joyce Meyer, die macht doch nur eine Fernsehsendung. Und sonst? Schreibt Bücher. Ich lese nicht so gern. DVDs gibt's auch. Ach, noch mehr? CDs, Kalender. Hey, Moment, Moment, das kann ich mir nicht alles merken. Deswegen gibt's die Joyce Meyer Info- und Produktbroschüre. Auf einen Blick alle Bücher und DVDs. Das hättest du ja auch gleich sagen können. Kannst du dir online anschauen oder bestellen, kostenlos. Und was es sonst noch alles von Joyce gibt? Magazin, tägliche E-Mail-Andacht, Facebook-Impulse. Nicht schlecht. Bestellen auch Sie jetzt kostenlos die Joyce Meyer Info- und Produktbroschüre unter joyce-meyer.de oder telefonisch unter 040 88 88 411 11. Super. Manche Wunden brauchen Jahre, um zu heilen. Wenn Sie oder ein nahestehender Mensch durch eine Zeit des Verlustes oder der Verletzung gehen, möchte dieses besondere Buch von Joyce Meyer Sie begleiten und zu einem Ort des Friedens führen. Bestellen Sie Heilung für zerbrochene Herzen und erfahren Sie die schöpferische Kraft aus Gottes Wort. Rufen Sie uns an unter 040 88 88 411 11 oder besuchen Sie uns im Internet auf joyce-meyer.de. Rundz P Untertitelung des ZDF, 2020